Ich bin mutig, wenn ich zum Beispiel so helfe oder jemandem aus einer Situation raushilfe und so. Also wenn sich zum Beispiel jemand verletzt im Sportunterricht oder wenn jemand irgendwo nicht rauskommt, dann helfe ich ihnen einfach. Ich brauche Mut, wenn zum Beispiel wir haben eine Schularbeit oder so. Also vor der Schularbeit lerne ich immer, dann habe ich ein bisschen mehr Mut und so. Ich kann zum Beispiel gut Basketball spielen oder ja, ich kann schon gut Mathe und am besten Geografie. Ich kann mit meinen Freunden gut verstehen und ja. Ich bin glücklich, wenn zum Beispiel ich mit meiner Familie bin und Zeit mit meiner Familie verbringen kann. Wir müssen auch nichts machen, trotzdem bin ich glücklich. Ich bin dankbar, dass ich hier, dass ich leben kann und dass ich hier in Österreich bin. Weil hier kann man studieren, besser und so. Ich gehe gerne in die Schule, weil ich kann da auch lernen. Ich gehe gerne in die Schule, weil ich hier in der Schule bin.